Hallo YouTube, in diesem Video möchte ich euch einen Vergleich von einer LED-Lampe mit einer herkömmlichen Halogenlampe und einer Energiesparlampe zeigen. Ich habe hierzu eine herkömmliche Halogenlampe mit einem GU10-Sockel und einer Leistung von 50 Watt. Daneben seht ihr eine LED-Lampe mit einer Leistung von 4 Watt, was ca. 45 Watt von einer Halogenlampe entspricht. Und als drittes noch eine Energiesparlampe, welche 10 Watt aufnimmt und ebenfalls der Leistung von einer 50 Watt Halogenlampe entsprechen soll. So. Ich schalte jetzt hier das Licht mal ein. Und gehe dann im gleichen Abstand wieder drauf. Links seht ihr recht schön, die Energiesparlampe dauert ein bisschen, bis sie die volle Helligkeit entwickelt. In der Mitte das LED-Leuchtmittel und rechts die herkömmliche Halogenlampe. Ich schalte jetzt hier die Hüte, 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 die Hüte,